Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda Multiplayer. Und wieder dabei der Smoker. Servus. Und der Roro. Halleschön. Und derselbe Random wie in der vorigen Folge, die alte Flachzange. Und auch unsere Lieblings-Map wie in der vorigen Folge. Äh, ja. Vielleicht kriegen wir diesmal andere Gegner. Ein Discherville? Wenn wir jetzt auch noch Relikte haben, ey, dann haben wir hier irgendwie ein Discherville. Mindestens. Zeinsleife! Erfbar. Äh, zweiter oder dritter, keine Ahnung. Dritter, der Random ist nicht mit hier hoch. Ne, diesmal nicht. Der Random ist nicht mit hier hoch. Oh, das klingt nach Kat. Oh, Mann. Sinds Kat? Ja, es sind Kat. Oh, Mann. Ja, toll. Ja, sie versteckt hat hier. Zeiglicher Bescheid. Ja, ich habe es schon. hast du schon du lässt sich ja auch als in der wiesel siegen oder ähnlich wieso nur allgemein zu sterben in der ersten runde passend ja so wer so lange langweilig wie wäre es wenn du deinen zuschauen mal was bietet ich habe den schädel der sound war neu von dem die bisher noch nie gemacht bei mir das und den haben sie schon lange Die sind kripp, ich kripp hier jetzt, Sound? Ja. Hinge. Ey, ihr Eckensteher hier. Fühlt dazu. Ich hol mir mal, Muni. Das nenn ich mal eine überzeugende Leistung. Halten Sie sich bereit. Lasst mich ja alleine mit den letzten zwei Viechern, ne? Das wollen auch noch Viecher. Ich hab da vorne am Helipad zwei Umgeniete, die waren da in der Ecke am rumhüpfen. Weißt du, ich kämpfe hier gegen zwei Hunderrohre. Oh, schön, Muni. Ich war ja wenigstens da am Kämpfen, weißt du. Die waren da auf der Ecke am rumhüpfen. Ich dachte mir, ich untersag denen das mal eben. Ich hab das Gefühl, die Kett halten nicht so viel aus wie die Relikte. Die sind weit noch schneller von der Platte geputzt als sonst. Darauf haben sie auch dann den Ältesten. Oh, ja. Jep. I believe I can fly. Ich bin mir auf dem Dachfliegen. Ich bin mir auf dem Dachfliegen. Khungha. Ah. Äh, ein Kett von der schon neun? Au! Das ist schon der vierte! Versuchst du ein Rekord aufzustellen? Ja, ungefähr so. Das muss aber alles nur in einer Runde passieren, ne? Wenn die nächste Welle kommt, musst du von null anfangen. Ja, da war der fünfte. Fünfte Gegner in einer Runde vom Dach gebrochen. Drei. Au, der Sturm auf da. Und! Drei Gegner stehen noch. Und da war der sechste, der vom Dach geflogen ist. Noch ist die Runde nicht beendet. Ja. Gleich schaffst du noch eben. Nehmen wir vor der Nasen weg, es ist ein Feld bestimmt nicht. Ich wusste, ich hab keine Sniperties mal einstecken. Das war nur ich. Aber sechs Stück sind gar nicht schlecht. Dann war's ein Zufallstreffer, wenn's rum rum. Ach, Zufallstreffer! Hä? Wir registrieren geheime Daten. Sag mal, ich komm... Wieso komm ich denn... Zufallstreffer am Start sind? Bin bei B. B? B? Wo sind B? Da hinten, da B. B ist, wo B ist. Okay. Muss ich den Buchstab noch, äh, buchstabieren? Ja, mach mal. B. Okay. Oh, wer steht denn hier auf dem Weg? Sniper, Hau! Sniper, Hau! Sniper, Hau! Hu! Merkt ihr, wie der RANDOM AIN auf Einzelgänger macht? Wo ist der A? Datenübertragung abgeschlossen! BAM! Weißt du, dritt ist es noch viel angenehmer und... um, um, um... schöner, da an den Punkt zu halten. ja 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 ich bin jetzt mit random bei art kommt zu hauups ich bin runter sprung langsam zu unangenehm aaaah oh mann wir rufen das geschafft oh jetzt halt nur noch 10 oh ich bin die para kann gar nicht sein aber gar nicht mehr zu sehen also nur zur info ich bin allein bei c ja ich komme gerade runter falls jemand kuscheln möchte ich bin hinterm schreibtisch ups ich bin da ich hab den kopf gehalten oh mann wer steht denn hier oh leute das war's durchhalten abhext ja ich hänge ich hänge ich hänge ich hänge du bist tot ich konnte nicht laufen ich konnte nicht laufen wenn auf dich geschossen oder so ah gut okay ich weiß warum mann die scheiß konsole das nenne ich mal eine überzeugende leistung welche konsole naja zum eingeben ja ja warum drückst du auf die konsole während es kann du bist echt komisch weißt du das sie bekommen gesellschaft denkst du vor mit absicht achso ich müsste mal du willst doch auf eine antwort eine ehrliche oder eine die du schon wirst das ist doch ein bisschen so egal bei dir komm doch an was du antwortest so jetzt lass mich doch mal in Ruhe du scheiß Vieh alter wie redest du mit mir ach sowas schimpft dich komm mal jetzt ich liege äh unten du hast mich Vieh genannt der retten hilft mir da unten da unten laufen mir zu wenig Leute rum sobald ich da unten weg bin kreppiert der sauer was wo da oder oder scheiße ich hab da so ist er ist tot unser rente der der kett hat auf den auf eingeladen sobald ich da unten weggehe kreppiert die sauer der hätte auch nicht mal 2 sekunden früher sterben können wer da wollen dann? ja klar das klingt ein klein wenig gehässig äh ich liege du liegst ständig auf der faulen haut ähm zato ja ich muss grad nur den berufenen verharzen okay hö 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 höundi hundi bist du eigentlich von mir hauen ab hier ok gutes Tier wie bist mal oder auch wir beiden ja reis klar resources sagbel mal wie wir sind denn hier Kannst du mal zählen? Wenn du eh nur rumliegst Ich lieg Wo dich denn du? Kannst du, Panda? Dich ist immer verlassen Das ist das Schöne Junge Leute Woher wäre ich denn? Jetzt liege ich schon wieder Was willst du immer mit jungen Leuten hören? Wieso? Ich lieg Wo? Da Helft dir mal Mensch, vergibst dich mal herab und hier unten jetzt, Leute Kennt man gar nicht von dir Alter, wie er bombardiert wird Der Moment ist alles sicher Alter, geh da rauf jetzt Oh, Welle 5 Ja Pinner nur noch 2 Schmeiß nicht zu laut, sonst kriegen wir noch aufs Maul Jetzt müsste ein ältester kommen Weiß nicht zu laut, sonst kriegen wir noch aufs Maul Du hast es ja Wo ist denn der? Weiß ich doch noch nicht Ich konnte noch nicht ausmachen Oh Bei meinem Pech darf der verhinder mir auch Ich möchte keiner Ja Da war ich drin, ne? Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht, ja Jetzt jemand kommt mal Der ist ja der älteste geblieben, ey Gehört hab ich ihn wieder rumgeblägt, dann aber sonst Au, 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 au Au, au, au Ja, weg bist du auch schon Da läuft er nochmal auf den Dicken, dann? Au, au Ja, den versuche ich gerade zu behar Ahm Aber wo ist der älteste? Wo ist der denn? Da ist er Oh, shit, ich lieb Autsch Der älteste lebt noch, oder? Ja, als halbes Schild Ich bin gleich tot, ja Unten ist jemand tot, scheiße Ich komme aufs Schrank Ich liege oben Bei euch Oh, in der Blase liege ich Na toll In der Blase liege ich In der Blase liege ich Oh, shit, Alter Oh, shit, Alter Ich werd mich wiederbeleben, oder? Ja, mach, mach Ja, ne, 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 ne Lass mich mal ganz schön sein, hier Kannst mich wiederbeleben, wenn du eine Zeit hast Okay, mach ich Ich bin nämlich wegen dir gestolpert Ist das verloren? ältest du es weg? ich bin aber auch gleich weg ich auch gleich weg was war die Heiltaste? Aua! Oh! ein Gesalbter! Der macht's aber gut Aua! 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 Oh! noch ein Gesalbter! Was? Wo kommt denn der her? Was da gibt's hier? Du musst da wohl lässt sein Bin ich geil wenn du meine Kugeln abhängst Wer? Du? Ich? Ja! Sander hat meine Kugel abgefangen Ach jetzt war ich jetzt auch einfach wieder oder wie? Aua! 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 Kratzt mich mal einer vom Boden Okay ich bin auch gleich tot aber naja Tote als ich kann's nicht gewesen sein Hahaha Da hast du recht In Deckung! Jonge Au! Da geht er Es sind nur noch drei Gegner übrig Stimmt noch gar nicht Sind es zwei? Nein einer! Hat jemand in random gesehen? Keiner Der ist tot! Echt? Sehr gut! Bleiben sie wachsam! Ob zwei Kobras musste ich auf den ältesten schmeißen ne? Echt? Äh Eigentlich hättest du nur erst den Schild wegpusten müssen Dann hätte ein Kobra gereicht Ich hab erst den Schild weg gepustet Wieso kommt der nicht zu uns hier? Im Missionsgebiet wurden ins Da ist der Schild weg Na ja jetzt ist er bei uns Und bringen sie sie zur Übergabe Position Ist ja auch klar jetzt ist hier was zu holen Au! Oh jetzt! Jetzt rennt er mal! Uh! Da macht sie was! Na ja! Oh shit! Ältest doch! Ältest doch! Oh! Oh! Bei mir! Oh! Oh nein! Oh! Hab ich ein Schwein ey! Ganz schnell hier rüber! Äh Oh! Ein Kollos! Shit! Ältesten! Schießt auf den ältesten! Schnell! Oh! Scheiße! Scheiße! Ich hab kein Tod mehr! Ah ja! Ich liege! Wow! Der Kollos ist bei dir! Der Kollos hier rüber! Der älteste ist weg! Der älteste ist weg! Ich bin auch weg! War der Kollos sich erwischt? Ha? Scheiße! Oh! Den Reddorf hat es auch erwischt! So blät kann echt keiner sein! Huuu! Dass einer vom Kollos gefressen wird ist eine Sache aber zwei? Oh! Oh! Was auf Jungs der kommt runter! Wo ist denn der da unten? Ja komm noch! Okay! Wo ist denn der? Ich bin wieder belebt! Huuu! Aua! Oh! Oh nein! Alter lauf! Lass dich nie fressen! Das ist sehr heftig! Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das Ding das wir berg müssen das hab ich auf dem Rücken gehabt! Weiß was! Ja scheiße das kriegen wir nicht mehr mit! Na toll! Bei mir hast du das noch! Oh! Jetzt lieg ich! Ja! Bei mir auch! Jetzt lieg ich! Alter! Brauchst du den einen gescheiten Platz aussuchen? Mh nein! Oh guck du da mal ob 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 der kollose da war die ganze zeit immer hinter mir das dick da oben du hast das was du hast du kennst du hast das habe ich kommen sehen ja kann ich alleine rohru okay du kannst auch noch was machen was ist denn das hier ich habe ja null geht nicht blase wenn mich keine wehrer locker du musst den jungen aufheben der will nicht mehr aufhaken wenn die immer an so ekelhaften dumm stellen liegen oder ist er vor allen dingen im zentrum der feindlichen abwärter wird deswegen kann man nur so blöd sein direkt nach wie vor ich noch nachladen ich hätte jetzt kommt jetzt kopf einziehen kopf einziehen rohru kopf einziehen ich kann dich aber nicht weg schützen das hier immer wenn der druck weil irgendwie dein leichter weg geht nicht kann ich gar nicht gar ohne echt tut mir doch mal mühe ja was sechste weiß ich ja noch dieses protokoll wenn man dieses ding auf dem rücken hat sich nicht von dem ausfressen ja boah ich hab keinen ich hab's nicht mehr boah warte ich komm hier nicht weg das team ist gefallen wir brechen bist du da wäre doch möglich gewesen aber nein nein it's not a bug it's a feature wir hätten's dicke gepackt bin ich mir sicher wir haben übrigens schon einen tollen folgen name tolles feature ich hab ich hab hier noch du konntest noch nicht mal aufheben ja das ist ja ja ich hab's immer noch auf dem rücken gehabt ja mein kaffee ist alt rohru ist schuld ja ich hab habt ihr es gehört liebe zuschauerinnen und zuschauer rohru zugegeben mhm die Null betrinkt mein Kaffee aus der gibt doch alles zu naja na alter muss der hat auch von meinem der hat auch von meinem Teller schon gegessen ne und in meinem Bett schon geschlafen und von meinem Becher schon getrunken hm ich mach mir mal ein Premium Kiste auf mal guck hast du gar nicht verdient so wie du oh doch dich um deine Mitmenschen hier kümmern weißt du alle sind nur auf mich Pfander hat's genau gesehen wie du mich einfach ignorierst wenn ich dort den Hucke vollkriege menschlicher Wächter ein 2 ok oh ein N7 Waffe ich hab wieder Kopras eine Pistole ok gut ja achso das brauche ich auch na da ruhig ich mal noch 2 das kann ich mir gar nicht so leisten Pfander Vorratspack hm du wüscht ich bin noch am einkaufen Maschel du bist noch einkaufen ich auch so das war's dann für diese Folge wir bedanken uns dann herzlich für's zusehen auch unser Render hat uns verlassen na dann auf immer wieder seh Drecksack äh so bis bis zur nächsten Folge bis denn dann ok bis denn dann wir sehen uns dann tschau bis dann bis dann